Euer Anführer! Euer Herold! Euer Inquisitor! Nicht unterbringen, wenn Sie so viele Bedienstete mitbringen. Ich werde mit der Herzogin sprechen. Sie ist vernünftigen Argumenten einigermaßen zugänglich. Untertitelung des ZDF, 2021 Dann wollen wir doch mal sehen. Die besten aller Magier sind bereit, Herold. Ihr müsst sicher sein, dass ihr für den Ansturm auf die Bresche gewappnet seid. Wir wissen nicht, was mit euch passieren wird. Magier! Fokussiert am Herold vorbei! Geh! 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 Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Euer Heldenmut ist in aller Munde. Ihr wisst, wie viele Leute beteiligt waren. Es war schieres Glück, dass ich im Mittelpunkt stand. Ein fragwürdiges Glück. Ich bin nicht sicher, ob wir mehr oder weniger davon brauchen. Aber ihr habt recht. Dieser Sieg war der Triumph eines Bündnisses. Das gibt es dieser Tage nicht oft. Aber nun, da die Bresche geschlossen ist, braucht dieses Bündnis ein neues Ziel. Truppen im Anmarsch! An die Waffen! Was zum... Wir müssen zu den Toren! Ich wusste, es war zu einfach. Wir müssen mal schaden, um das zu errichten. Cullen? Melde gehorsamst. Eine riesige Streitmacht nähert sich über den Berg. Unter welchem Banner? Keinem. Keinem? Ich kann nicht reinkommen, wenn ihr nicht öffnet. Ich bin Cole. Ich komme, um euch zu warnen. Um zu helfen. Es kommen Leute, die euch wehtun wollen. Aber das wisst ihr vermutlich schon. Was soll das alles? Was ist hier los? Die Templer kommen, um euch zu töten. Templer? Reagiert der Orden so auf unsere Gespräche mit den Magiern? Indem er blindlings angreift? Die roten Templer gingen zu dem Ältesten. Kennt ihr ihn? Jedenfalls kennt er euch. Ihr habt ihm seine Magier genannt. Da. Ich kenne diesen Mann. Aber dieser Älteste... Er ist sehr zornig, dass ihr ihm seine Magier genommen habt. Cullen, wir brauchen einen Plan. Irgendwas. Haven ist keine Festung. Wenn wir diesem Monster standhalten wollen, müssen wir die Schlacht kontrollieren. Geht da raus und bekämpft diese Armee. Mit allen Mitteln. Magier! Der Templerorden ist gefallen! Ihr... Ihr habt die Erlaubnis, sie anzugreifen! Inquisition! Das ist Zimsen! Mit dem Herold! Er wird es uns nicht mehr erleben! Für uns alle! Es ist ein Zimsen! Åh! Ah! 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 Wir haben es gleich. Haltet sie uns vom Leid. 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 Haltet sie uns vom Leid.